auf geht's da laufen leute ohne pferde wir suchen wildpferde oh mein gott nein ich habe gemerkt oh nein wildpferde ihr könnt ja überall auf der weide stehen oh mein gott nein du bist ein spieler josephine oh mein gott das sind voll die guten oder du ja auch so wie ich dachte ich hatte nicht gerade gedacht dass so hier einer ist das hätte ich das hätte ich gedacht dass hier steht ein adenner aha barbara ihr habt euch richtig gut getarnt ebi ihr passt hier richtig gut rein ich wollte es euch sofort abkaufen dass ihr da hier zugehört aha ich wusste es dass wir einen unter der brücke versteckten brückentroll haben die unter der brücke wohnen hier kommen sie unter der brücke raus das ist ein befehl polizei bitte verlassen sie das brückengelände kommen sie da runter vor ich kann ja nicht runter nein was ist das kommen sie da raus aha sophia sophia haben wir gefunden da steckt ein pferd das sind zu viele pferde hier das sind eindeutig so viele pferde ein da princess und in galli und paula ihr seid ihr passt hier richtig gut hin warum passt ihr so gut und josephine und emily und und jamie und dainton oh nein mir schwanz schlimm ist da kommt doch bestimmt eine ganze truppe an an bergsteiger pferden polizei ah beverly ist es steht hier in der ecke oh 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 gott hier kennst du die helene und das nein pferd von zelda und da oben steht da oben wanda hier war eben auch noch eins manno erwischt hier so mal hier schauen da hinten ich sehe es da hinten sind sie hannah und lilly wir suchen pferde im reitlager wo sind die ganzen oh nein das ist das hier ist zu viel irgendwas stimmt hier nicht etwas stimmt mit hasi nicht sonja und moment ist auch kein echtes elene tony drew amelie ihr seid alles fake pferde nee das hier nicht lilly moment lilly du bist fake warum passt du so gut zu dem kleinen oh mein gott lilly ich hätte es dir abgekauft ich dachte das neben dir ist fake daisy ey ohne scheiß lilly dein baby passt so gut zu dir ich dachte echt lilly das ist dein baby ich werde es dir sehr gut reingepasst oh mein ah aha susan ah ein baum pferd ah kayla mit phoenix oh nein das hänge ich fest ach nee doch nicht die letzten fünf minuten laufen was war das oh nein jetzt doch safe wie oh da oben schwebt los in der luft oh gott ich muss mich beeilen aha ja 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 bitte gestehen bbbbbbb leia fishpeak entschuldigung sie sind verhaftet äh äh bö war da oben ein pferd drin ich hoffe nicht Bö und Yamini. Eine Puppe. Kadusch. Ah, dadurch habe ich wenige gesehen da hinten. Mia. Da ist auch noch eins. Katja. Da oben. Da ist so ein Vanilla Cream Pferd. Vanilla Nebula. Oh, das ist eine. Oh mein Gott, was für eine Tarnfarbe. Aurora. Das ist crazy getarnt. Das ist crazy getarnt. Seid ihr versteckt hier? Und Daisy hat man schon. Ah. Leia hatte ich auch schon. Und die Zeit hat nur noch drei Minuten. Oh nein. Ich glaube, das ist ein Pferd auf dem Klo. Da ist jemand auf dem Klo. Da ist Lisa auf dem Klo. Ja. Und Nelly. Kommt. Wie viele Leute stecken im Klo? Moment. Ich komme nicht ins Klo rein. Das ganze Klo ist voller Leute. Da sind ganz viele. Da sind mehr. Kommt. Kommt ihr da raus aus dem Klo. Oh nein. Wo sind noch welche? Sind noch so viele versteckt? Da ist ein Schwimmpferd. Ein Seepferdchen quasi. Ah, Maggie. Die hat sich aber als Fisch getarnt. Hä? Die Pferde hatte ich doch hier auch schon, oder? Bist du die? So. Wo könnten noch Pferde sein? No. Oh, hier. Oh mein Gott. Hier. Aha. Alexandra. Und Barbara. Oh mein Gott. Da steckt eins in den Brettern. Selene. Spider Hunter. Und da. Helene. Evening Host. Hä? Ja. Olympia. Lovisa. Ich habe dieses Mal sind wir echt gut von der Ausbeute her. Ich habe so viele habe ich echt noch nie gefunden. Nein. Mal hier schauen. Hier können wir doch reinlaufen, oder? Oh Mann. Ah, wir haben einige nicht gefunden. Aber die Zeit ist auch und wir haben... Oh, ich habe so viele habe ich hier noch nie gefunden. Aber ey, auf jeden Fall... Guck mal, wie viele Pferde wir hier gefangen haben. Richtig gut, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, da muss ich ein Bild machen. Oh mein Gott. Was ein Chaos. Oh mein Gott. Mega, ey. Oh mein Gott, ma earthquake. Oh mein Gott. Oh mir. Untertitelung des ZDF, 2020